Der Vorwurf von meinem Onkel, Amrei, das ist das letzte Geschehen, was du hergebracht hast, im Alter von sechs Jahren, das war so eine Provokation. Das war gut und jetzt ist nichts mehr passiert und ab dann habe ich begonnen mit Malerei und Zeichnung, dann ab so 17 Jahren auch mit Skulptur. Am besten ist die Produktion, wenn ich in einer angenehmen Grundanregung bin, also zum Beispiel mit einer Arbeit, die nicht extrem anstrengend ist, den kann ich am meisten produzieren, dann funktioniert die künstlerische Tätigkeit optimal, aber wenn es stressig ist, funktioniert es zum Beispiel nicht oder wenn ich die ganze Zeit frei bin, funktioniert es auch nicht. Ein Effekt von der Umgebung auf meine kreative Energie würde ich mal behaupten. Die Arbeit an einer Malerei dauert sehr, sehr lange und das ist die ganze Zeit das Bild und das Bild ist nicht gut und es gelingt nicht. Es ist eigentlich wie eine Wunde, die schmerzt. Und die Energie zum Weiterarbeiten an dieser Wunde kann ich eigentlich nur aufbringen, Ich bin ja dadurch, dass relativ häufig, also nicht immer, das Bild gelingt und wenn ich es betrachte, habe ich ein Lustempfinden. Also ich betrachte meine Arbeit gerne und es bereitet mir auch Lust und Vergnügen, falls das Bild gelingt. Ich komme in der Arbeit in einen Flow-Zustand, wo die Zeit sich verändert und man intensiv und konzentriert einfach nur an das denkt, was man gerade macht. Und das finde ich sehr angenehm, vor allem im Kontrast zu der wissenschaftlichen Arbeit oder auch damals zum Studium oder eben im Gymnasium. Das ist eine ganz andere Art von Sein. Zwei Hauptthemen in meiner Malerei handeln davon, wo man sagen könnte, es sind Dinge, die mich stören. Also das eine ist die Kritik am traditionellen weiblichen Rollenverständnis. Ich fokussiere mich in meiner Arbeit auf den weiblichen Körper. Also ich arbeite imaginativ, aber trotzdem realistisch. Das heißt, es sind eigentlich Archetypen oder Märchen oder Traumwelten, die parallel sind zu einer Realität. Aber es ist trotzdem, ich versuche ein realistisches Abbild von der Realität zu machen, das sich eben kombiniert mit unrealistischen Elementen. Nur wenn mich das Thema wirklich interessiert, dann habe ich wieder die Energie zum so lange am Bildarbeit. Und eben die Schmerzen auf der Produktion auszuhalten. Das ist natürlich auch angenehm, aber trotzdem schmerzhaft. Und wenn ich mich für ein Thema entschieden habe, dann sage ich Modelle oder Vorbilder, Vorlagen. Und die sind kombiniert, entweder sind sie total erfunden oder sind eben Vorlagen von Freundinnen von mir, von meiner Schwester, von bekannter Frauen. Oder sind manchmal sogar Vorlagen aus eben populären Filmen, wie zum Beispiel Alien oder aus irgendwelchen Spinnenfilmen, weil ich die Mythen von der populären Kultur bedienen möchte. Das Hauptthema der Frauenbilder ist aus meiner Sicht die Tabuisierung von weiblicher Sexualität und Erotik. Die ich spüre von allen möglichen Richtungen her. Und die Frauen, die ich zeichne, haben ihren Körper unter Kontrolle, aber es ist trotzdem ein lustvolles Erleben von ihrem eigenen Körper. Viele würden sagen, wieso zeichnest du halbnackte Frauen, die einem modernen Bild von Weiblichkeit entsprechen. Eigentlich ist doch deine Aufgabe als Künstlerin, Frauen zu zeichnen, die eben nicht sehr als sexuell attraktiv empfunden werden. Aber ich finde eben, meine persönliche Aufgabe habe ich identifiziert, indem ich sage, eine Frau kann sehr wohl sexuell attraktiv sein und trotzdem ein Subjekt und nicht ein Objekt. Also sie ist nicht dadurch versklavt durch ihren Körper, sondern der Körper ist auch eine Methode, um ein mystisches Erlebnis zu bekommen. Die Methode durch Erotik oder Sexualität eine Erfüllung zu erreichen. Und so sind in meinen Bildern Frauen auch durchaus in erotischen Posen abgebildet, die nachher von mir aus erregend wirken können. Also in der Emotionsforschung werden zum Beispiel zum Hervorrufen von positiven Emotionen verwenden wir meistens Bilder von nackten Frauen. Und die wirken bei Männern und Frauen, hat das einen starken positiven Effekt auf die Emotionalität, während leider nackte Männer praktisch nie einen positiven Effekt haben auf die Emotionalität. In der kulturellen Arbeit habe ich mich eigentlich beschäftigt mit dem Punkt, dass der Körper optimiert wird gesellschaftlich. Dass es verlangt wird, dass der Körper optimiert wird und zwar auf die Art, dass sie halt unperfekte Körperteile produziert haben in großer Menge. Also Serialität von unperfektem Körper im Gegensatz zu der Serialität von der perfekten Körper, die ja in den Medien präsent sind. Also ein Freund von Körperlichkeit und ich finde, dass man den Körper so gut wie möglich bewahren sollte und schützen vor Gefahr. Egal was für Gene man hat, wenn man sich um seinen Körper kümmert, geht es einem besser. Das ist wahrscheinlich mein pharmazeutischer Hintergrund. Ein großer Anteil meiner Arbeit handelt eigentlich für das Thema Rette dich, du bist in großer Gefahr. Und zwar handelt es sich um Monster oder für den Menschen bedrohliche Tiere, die auf kleinem Format gebannt werden. Und ich glaube, dass ich durch die Erbannung von den Monstern, die eine Gefahr für Leib und Seele darstellen, dass ich eben eigentlich eine Angst, eine Urangst in ein lustvolles Empfinden umwandeln kann. Also ich mache mir viel Sorgen, da wir oft das schlimmste mögliche Wendungen ausdenken. Für mich als englischen Typ bereitet das Vergnügen, eine potenzielle Gefahr zu bannen auf dem Bild. Also es ist eine Art magisches Bannen, das sich dann wieder in eine Lust verwandelt. Also High ist das Hauptthema und identifiziert, der High. Ich glaube ja, dass ich kein komplizierter Mensch bin. Also das Symbol für das High ist das High. Es ist nicht irgendwelche andere Dinge, die mich bedrohen oder belasten, sondern das High ist tatsächlich das High. Ich habe noch Träume, dass ich in Italien im Urlaub bin und meine Eltern schwimmen im Meer und da schwimmen Haie. Und ich sage, ich komme nicht raus und sie sagen, nein, das ist doch kein Problem. Also das High ist aus meiner Sicht wirklich das High. Und das Alien ist vielleicht ein Parasit. Alien gibt es ja nicht, aber das Alien ist sicher ein Symbol für einen Parasit, der den Körper bewohnt. Also als Apotheker bist du dir bewusst über die komplette Parasitenbevölkerung, die du zum Teil kennst, zum Teil nicht erkennen kannst. Oder ob man jetzt Würmer hat oder Zecken. Also der ganze Körper ist konstant in der Gefahr, gefressen zu werden von Kleintieren oder von Großtieren. Ich finde einfach diejenigen Themen, die wirklich einen realen Bezug zum Leben haben, also wie die Urangst, gefressen zu werden. Super spannend, weil die ja auch den Körper, der Hauptdemo von mir ist, der Körper wird bedroht von den Monstern. Das Monster macht einfach noch einmal viel deutlicher, wie vergänglich der Körper ist. Also wie kurz die Lebensspanne sein kann, die wir den Körper besitzen. Und wir konstant drohen eigentlich der Tod. Und wir benutzen das später weißerstütz. Das ist ein Räuber. ativasli be Morteller Vielen Dank.